Unser Immunsystem ist eine tolle Sache. Es schützt unseren Körper täglich vor Einringlingen wie Bakterien und Viren. Trotzdem gelingt es Krebszellen, unser Abwehrsystem zu umgehen und unbemerkt zu wachsen. Eine Immuntherapie bei Krebspatienten soll das verhindern. Bei einigen Krebsarten konnten damit schon Erfolge erzielt werden, auch bei Wolfgang Marx-Bannsemer. Nicht so die Polizisten. Vor wenigen Tagen stand Wolfgang Marx-Bannsemer mit der Drei-Groschen-Opa wieder auf der Bühne. Der 68-Jährige spielt schon lange Theater und seine Krebserkrankung hält ihn davon auch nicht ab. Die Diagnose Nierenkrebs bekam er vor eineinhalb Jahren. Ein Sommertag, an den er sich besonders gut erinnert. Es war sein Geburtstag. Naja, das war nicht das, was ich mir als Geschenk vorgestellt hatte. Aber ich hatte mir auch keine großen Sorgen gemacht, weil es mir gut ging. Nierenkarzinome bereiten im Frühstadium nur selten Beschwerden. Auch bei ihm wurde das Karzinom rein zufällig entdeckt. Der Liebe wegen zog er um und ging zur Hausärztin seiner Frau. Im Frühjahr 2016 war ich zum letzten Mal bei der Krebsvorsorge. Und der Arzt hat da nichts festgestellt. Und dann war ich nächstes Mal im August bei meiner neuen Hausärztin einfach zum Check. Und die hat das dann untersucht mit Ultraschatten und hat dann festgestellt, dass da was nicht in Ordnung war. Ein Schatten oberhalb der rechten Niere entpuppte sich als faustdicker Tumor. Ein Monat später wurden Tumor und Niere entfernt. Die Nabe ist hier gut verhalten, das ist kein Problem. Doch das war erst der Anfang. Der Krebs hatte bereits Metastasen in Lunge und Brustfell gebildet. Im Frühjahr wurde dann ein weiterer Tumor unterhalb der Achsel gefunden. Durch Bestrahlung ist er deutlich geschrumpft. Und damit das so bleibt, riet ihm sein Arzt zu einer Immuntherapie, die den eigenen Körper gegen Krebszellen stark macht. Wenn wir heute eine Infektion bekommen, dann aktiviert das Immunsystem die Stoffe, die wir brauchen, um die Bakterien zu töten. Aber sie wird im gleichen Moment wieder abgeschaltet. Damit diese Immunität nicht anhält, die macht nämlich krank. Und wenn ein Tumor kommt, dann ist auch die Immunität am Anfang da und ist er dann wieder abgeschaltet. Weil es ganz normal ist, dass er wieder abgeschaltet wird. Aber der Tumor bleibt. Das heißt, das Immunsystem war zu schwach. Die Immuntherapie bekommt Wolfgang Marx-Bannsemer alle zwei Wochen als Infusion. Ich habe Ihnen das jetzt eingestellt auf 140, es läuft eine Stunde. Das rettet mich. Das ist also so wirksam, dass bei den letzten jeweiligen Besprechungen tatsächlich ständig ein Rückgang sämtlicher Symptome festgestellt wurde. Es wird alles kleiner. Den Krebs heilen kann die Immuntherapie nicht, aber sie kann ihn aufhalten und sein Leben verlängern. Doch die Therapie hat auch Nebenwirkungen. Auftreten können, da hatte ich in Grausen vor, da war angesagt eine Fatigue, das heißt eine depressive Müdigkeit ständig. Und schwerer Durchfall, Hautausschlag, Hautentkrankung. Aber von all dem ist bei mir nur übrig, ich habe ihm ein bisschen Durchfall. Manchmal fühlt er sich ein bisschen müde, aber dagegen helfen längere Pausen. Er arbeitet nach wie vor als Übersetzer. Nur das Wort aufgeben, das kommt in seinem Wortschatz nicht vor. Ich mache meinen normalen Alltag alles weiter, aber der Krebs ist eben da. Die Prognose hat sich verlängert. Ich hatte damit gerechnet, dass ich nach fünf Jahren sterben würde, aber das sieht zurzeit überhaupt nicht so aus. Das geht mir herrlich und ich mache alles so wie immer. Bei uns im Studio ist jetzt Professor Co. vom Johanniter Krankenhaus. Schönen guten Abend. Die Immuntherapie ist ja noch relativ neu. Sind Ihre Erfahrungen damit durchweg positiv? Die Erfahrungen sind sehr gut, weil die Immuntherapie etwas darstellt, was wir nicht hatten über viele, viele Jahrzehnte. Bis zu dieser Immuntherapie war das Ansprechen auf immuntherapeutische Therapien bei zwei, zwei bis drei Prozent. Wir liegen jetzt bei 30, 40, 50 und 60 Prozent Ansprechraten bei bestimmten Tumorerkrankungen. Das ist schon revolutionär, muss man sagen. Ist das so die große Hoffnung in der Krebstherapie? Das ist eine der großen Hoffnungen der Krebstherapie. Wir sind ja nicht mehr so, dass wir nur noch über Chemotherapie, Operation und Strahlentherapie nachdenken, was die Basis der Krebstherapie darstellt. Wir denken eben jetzt über Immuntherapie nach und wir denken über zielgerichtige molekulare Therapie nach. Also das Arsenal hat sich erheblich erweitert. Sie sagen, die Basis ist eben Chemotherapie und Bestrahlung. Das heißt, ohne die kommt man auch nicht aus. Also es gibt keine Immuntherapie, ohne dass nicht vorher die anderen gegriffen haben. Es gibt Situationen. Also wir können im Prinzip in der Regel nur heilen, wenn wir die alten, in Anführungsstrichen, alten Dinge wählen, wie Operation, Strahlentherapie und Chemotherapie. Ohne die kommen wir nicht aus. Aber zur Lebenszeitverlängerung dient die Immuntherapie sehr. Hier kommen wir plötzlich bei Erkrankungen, die nur wenige Monate letztlich unter Kontrolle gehalten wurden, über einen Zeitraum von Jahren. Für welche Patienten oder besser für welche Krebsarten macht die Immuntherapie Sinn? Schwarzer Hautkrebs, Lungenkrebs, Nierenzellenkrebs, Blasenkrebs, das sind Beispiele dafür. Und hier hatten wir eigentlich immer nur sehr limitierte Möglichkeiten, therapeutisch tätig zu werden. Und das ist natürlich ein toller Weg, der uns hier eröffnet wird. Welche Vorteile hat denn die Immuntherapie im Gegensatz zu anderen herkömmlichen? Die Immuntherapie hat schon Nebenwirkungen, aber sie sind in aller Regel gut vertragen. Die Patienten kommen alle zwei bis drei Wochen in die Praxis, haben eine Infusionsdauer von etwa einer Stunde und haben in der Regel keine akuten Nebenwirkungen. Seltene, schwerwiegende Nebenwirkungen können natürlich auftreten, aber sie sind nicht so sehr häufig. So eine Infusion, wie wir sie auch gerade im Beitrag gesehen haben, kostet zwischen 4.000 und 7.000 Euro. Zahlt das die Kasse? Das sind alles zugelassene Medikamente, das heißt jede Krankenkasse bezahlt diese Therapie. Bedeutet, ob man jetzt KV-versichert ist oder eine normale Krankenkasse hat oder eine Privatversicherung hat, das wird alles bezahlt. Das leistet unser Gesundheitssystem, das ist nämlich wirklich stark. Wer jetzt noch Fragen hat, falls Sie zu Hause noch Fragen haben, Sie können uns wie immer anrufen. Unter unserer kostenlosen Hotline müsste unten eingeblendet sein. Professor Co. steht Ihnen nach der Sendung am Telefon dann noch zur Verfügung. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei uns im Studio waren. Dankeschön. Ich danke auch.